Was geht? Wir reagieren heute auf ein neues Video von ABK. Das Video nennt sich Shirin Davids Eistee macht mich zu k***bar. Hashtag ich darf das. Los, mach ein Placement. Komm, mach ein Placement. Bruder, dieser Karton ist einfach ein Studentenwohnheim. Der ist einfach größer für mein Zimmer. Auf jeden Fall hat meine Lieblingsyoutuberin und Rapperin Shirin Davids ihren Eistee rausgebracht. Einmal hier die Sorte Busty Blueberry. Dann haben wir hier die Sorte Candy Shop. Ja, Candy Shop. Und dann haben wir hier einmal Wet Peach. Feuchter. Wollt ihr, dass ich Shirins Eistee mal im Stream probiere und meine ehrliche Meinung gebe? Dann gebt dieses Video einen Daumen hoch und schreibt einen 1 in den Chat. Ich mach das. Meine ehrliche Meinung. Pfirsich. Feuchter Pfirsich. So, und ich hab mir die jetzt einfach geholt. Und werdet euch auch mein ehrliches Feedback geben mit der 1er-Garantie und der Verkommung oder Zusatzwässigung. Hier steht, dass man das gekühlt trinken soll. Okay, womit fangen wir an? Eine Minute, Mist. Das Rappen in der Kiste. Eine Minute weg und du bist weg, okay? State of Survival ist ein kostenloses Zombie-Strategiespielen. Es gibt keinen schleuren Menschen als ABK. Bisschen Videos machen, wo man gegen alle YouTuber-Heads ein bisschen in Algo kommen und dann jedes Placement mitnehmen, was man mitnehmen kann. Dirty. Ach ja, und an diejenigen Leute, die sich auch wundern, warum ich in der letzten Zeit so komische Videos hochgeladen habe. Das lag einfach daran, dass es diesen Dirty jetzt auch mit Alkohol gab. Und ich hab die ganze Zeit diesen Dirty getrunken und dann hab ich halt immer besoffen Videos gedreht. Ach, hier ist sogar ein cooler Sticker von Shirin drauf. Krass, boah, Shirin. Feuertisch so hoch. Ups. Ich sag, ich hab die ehrliche Meinung, ne? Ich hab den auch getrunken. Kannst du deine Meinung bitte für dich behalten? Stimmt. Danke. Bro, lass ich für den Rokon. Das muss eine Premiere werden, wenn wir das im Stream trinken, weißt du? Deswegen, sag, dass du ihn nicht getrunken hast. Nimm es zurück. Bro, getrunken. Bro. Danke. Boah, das ist immer, Leute. Da sind sogar Fruchtstöckchen drin. Wie schmeckt Blueberry? Also Blueberry finde ich schmeckt nach Blaubeere. Und ich finde eigentlich, meine Lieblingskatzen sind europäisch kurz. Aber weil die so ein kürzeres Fell haben. Und ich finde Bengalkatzen, wie ich siehst. Ich hab auch vor dem Nächsten mir vielleicht einen zu holen, oder so. Ich probier mal jetzt den... Hä? Bin ich gecheckt, Mann? Es schmeckt so nach Lolli, aber ich sag dir ehrlich, Bruder. Es schmeckt nicht so krass. Digga, es gibt keine Negativ-Promo. Das lässt mir in einem Placement verschillen. Natürlich, natürlich. Ja, Can? Wißt du, wie ich meine? Also mir hat's überhaupt... Oh nein. Oh nein! Oh nein, der W***er erliebt meine Sprachnotiz. Oh nein. Oh nein! In der Gruppe. Oh nein! Bruder, er macht schon sehr gefällige Sachen, Wallah. Oh nein, Digga! Nicht geschmeckt. Wallah, Bruder. Bruder, such die Beste. Ich schwöre, Bruder. Es gibt nichts Besseres als Such... Das ist irgendwo aus dem Kontext gerissen, Digga. Ich hab über irgendwas anderes gesprochen. Ja, stimmt. Also, wie schmeckt der Candy Shop? Wichtig und richtig, Digga. ABK, bester Mann. ABK, bester Mann. Ich küsse deinen Sche... Ich nicht. Warum nicht? Ich küsse deine Unterleppe, Digga. Dirty. Der Candy Shop, Dirty, der schmeckt nach... So, probier wir jetzt mal den Nächsten. Dirty Peach. Pfirsich, da erwarte ich nicht so viel, weil Pfirsich kenn ich. Pfirsich schmeckt überall nach Pfirsich. Habern bleibt da drin. Boah, Digga. Schatzfeil, Digga. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Boah! Daschen schmeckt das so geil. Da war sogar noch ein bisschen Plastik drin. Ne, ich brauch hier gar nicht mehr, dir zu lügen. Jetzt bedrohe mich eh keine Rapper mehr. Jetzt gibt es das nicht mehr. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Dieser Eis... Was ist los? Er hat geklopft. Wo? Wallabilla. Wo hat er denn da geklopft? Wallabilla, er hat geklopft, Digga. Töme, töme. Also? Wallabilla, er hat geklopft, Digga. Ich schwöre auch meine... Ja. Ich rieche auf damit, Mann. Wallabilla, er hat geklopft. Das war der Stuhl wahrscheinlich so... Nee, Digga. Mockt sich nicht. Wir machen einfach weiter. Das war ein Video. Oh, ein Video. Hä? Oh, Digga, sind wir dumm. Ich will eh keine Rapper mehr, sonst gibt es das nicht mehr. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Dieser Eis... Bruder, Wallabilla, Wallabilla, das hört sich richtig an. Das hat sich so echt angehört. Er hat jeden Stream mit dem Video gef***t. Wallabilla, Digga. Wir haben uns gerade eingeschissen, ha? Das vibriert auch so ein bisschen, ne? Ja, es ist ein Video, das kommt von Rechtslist, man. Krass gemacht, Digga. Wenn du Probleme hast mit irgendwelchen Leuten, um die dich sp***en, weil du wie eine F*** bist, dann klär das mit denen und komm nicht zu mir. Heike! Man sieht meinen Kopf nicht mehr. Warte, schreib mal der Taliban, die sollen mir meinen Kopf zurückbringen. Hallo, meine Freunde. Junge, warte, ich kriege mich. Ah, Junge, tschüss mal. Ich will die Augen zu binden, sondern er rätst du, welche Sorte das ist. Es gibt einmal Lollipop, also einmal gibt es den Schwarz, einmal Wet Peach, ne? Okay, nasser Fotos. Und dann gibt es einmal Blueberry. Ah, ich sehe Schirin. Ah, mach sie weg. Wie viele Finger zeige? Vier. Okay, du siehst nichts, perfekt. Oh. Du glaubst du, welche Sorte das ist? Fast richtig, das ist gröslich. Nur die einmal zensieren, wir distanzieren uns da von Twitch. Wir beleidigen niemanden als das S-Wort, Distanzierung. Okay. Okay, nächste. Warum schüttelst du das? Muss man noch ein bisschen vorher schütteln? Ja, ja, weil ich nicht twirten, weil ich rege twirt gerne. Was schmeckt das? Eine, die nur Wochenende anschaffen geht. Okay. Das war zerrissen, Digga. Ja. Kusti geht doch raus an Alkut. Alkut schmeckt das jetzt. Ba, Alter, schmeckt nach Hund. Nach Hund, nach Hundesinn. Ba, Alter, ich spüre, dass du da vor Ort rausgetrunken hast. Alter, du hast das an deinem Mund. Du hast mir einfach den Geschmack mit deinem ekelhaften Mund verändert, Alter. Ba, du... Was machst du? Ich mach mir grad ein Profil bei Kaufmisch.de. Ich will anschaffen. Oh, nein, Digga. Distanzierung. Twitch, distanzieren uns, damit kommt mir nicht recht, der Mann. Aus Bayernkut, Alter. Welcher Eistee fandst du persönlich jetzt? Fog, das schmeckt dir irgendwie. Hab ich dir jetzt erzählt, was letztens passiert ist? Ne. Wir haben gefacetimed. Er war in der Dusche. Er macht einfach so. Achso, ja, ja, das hast du mir erzählt, Digga. Hat sich nicht gebraucht, Digga. Wie Brasilien. Boah, Junge Heike labert nur Scheiße. Ich brauch jetzt irgendjemanden, der mir ein ehrliches Feedback gibt. Und ich glaube, da gibt es keinen besseren, außer... Nein, nicht der Leak von mir, Digga. Oh, gut. Ganz wenig Akku, das reicht für dich, weil du bist ähnlich relevant. Ey, ich wollte den Shirin-Eistee. Boah, das wäre aber gott, Digga. Kannst du kurz trinken? Basketball? Ja. Brauchen wir etwas für Basketball. Sorry, probier. Wie schmeckt das? Ja, okay, halt die... Ich kümmere den nächsten... Boah, schmeckt das, hm? Soll ich jetzt 4 Kilo mehr gleich, Bruder? Ne, aber jetzt mal ein ehrliches Feedback, weil ich möchte jetzt auch wie die anderen YouTuber ganz, ganz objektiv sein. Also, der Eistee von Shirin David schmeckt nach Shirin, nach David, nach Eistee. Ich komm, ich muss beide mixen. Hm, der Mix schmeckt das nach Hufeisenbesitz. Ey, Leute, sie haben gerade erst gesehen, dass da sogar eine Shirin David Autogrammkarte drinne war. Oh nein, Digga. Oh nein, Digga. Boah, ein sehr gottloser Cut, Digga. Boah, ein sehr gottloser Cut, Bruder. Das ist ein bisschen... Aber hallo. Habt ihr hier abgemacht, habt ihr das von Shirin David hingehangen? Weil Shirin David wird mich beschützen. Ich hatte das Bild die ganze Zeit dahin, da hab ich trotzdem irgendwelche Drohungen bekommen von... Boah, Digga. Digga, Digga. ...Leuten und so. Deswegen, durch Shirin Davids Bilder, wird mir, glaub ich, keiner mehr drohen. Shirin David, du bist mein kleiner Schutzengel. Hihi. Grenzwertiges Video. Am Ende war sehr grenzwertig, Digga. Aber witzig. Aber witzig. Wenn ihr wollt, was für weitere ABK-Videos reagieren sollen, dann gibst ihr euch einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Abonniert auch ABK, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr wollt, dass wir Eisdier von Shirin probieren sollen, oder mal diese Sprachnummer, die es leaken sollen, die kurz vor Vorwart zu leaken, dann lasst mich das wissen. Dankeschön, Alkohol, für die weitere 10er-Bombe. Kuss, Digga geht raus. Okay, tschüss. . Bis zum nächsten Mal.